Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 10. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, ähm, haben die was zu sagen? Was? Offensive? Oh, das erinnert mich an das. Na gut. Was haben wir hier? Da versteckt sich jemand. Äh, was? Was? Okay. Einmal kurz gegen den Koffer getreten und schon fällt ein Purschen raus. Darf ich das nochmal machen? Oh. Nochmal? Och Mann. Nochmal. Och Mann. Allheilmittel erhalten. Was ist denn mit dir los? Oh, mir ist schlecht. Ich bin sehr krank. Okay. Mir ist schlecht, ich bin nicht krank. Finde ich irgendwie lustig. Dem ist doch total schlecht. Und wenn ich den so angucke, wird mir auch schlecht. Deswegen gucke ich weg. Ach, deswegen auch hier dieser Vorhang. Soll ich den Magen nehmen? Nee, komm. Mir wird auch schlecht, wenn ich jemanden ansehe, dem schlecht geht. Ich muss dich hochkotzen. So, hier unten geht es noch ein. Ein Schild mit der Aufschrift, äh, Aufschrift Antriebsraum. Officers! W-What the heck is that? W-What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Those are chocobos? What? You've never seen a chocobo? No. What kind of backwater island did you come from, anyway? Hmm. Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. No. No. Oh, ich finde sie süß. No. Oh, ich mag dich. Ich will einen, ich will einen haben. Ich will so ein Kuscheltier haben, oder so. So. No. Sagt dir irgendwas? Hallo? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja. Oh, ich find die süß. Kann ich hier dran sehen? Ne. Hier kann ich überhaupt nichts machen, oder? Nein. Ja, kann ich nichts machen. Tschüss, Chocobo. Tschüss, Kleine. La, 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 la. Ja. So. No. Ja, tut mir gerade irgendwie mein Auge weh. Das ist gerade gar nicht gut. So. Ach, speichern lohnt sich nicht. No. Könnte ich hier auch gegentreten? Oder hier? Nee. Was ist? Willst du das Fernglas benutzen? Ja, warum nicht? Kriegst du aber nicht. Du wirfst es ja eh, du wirfst es ja eh nur damit um. Oh Mann. Willst du ja das Fernglas benutzen? Nö. Okay. Okay. So, einmal nach oben. Nach oben. Schöne Aussicht. Auf irgendwelche Grafikfehler da hinten. Ich glaube, das ist, äh, die Kante von, ähm, äh, von der, äh, von der Mapgrenze, glaube ich. Da erkennt man richtig, dass das hier so ein, äh, so, so, einfach so, 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 so ein Block ist. Minecraft-Welt. Oh nein. We'll be praying for the Auroch's victory, too. So, you come along, yeah? Okay. Word is, that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? Hm. Hm. Okay. Ich kann das gerade mit dem Bauchgeld nicht vorlesen, weil das gerade so schnell ist. Ja, 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 gut. Hey, Dickerchen. Er mag mich immer noch nicht. Ja, ich will zu ihr. Ich will zu ihr. Mann. Konnte ich nicht irgendwie hier mit was behandeln? Mann. Ah. Ja. 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 Ich kann nicht dazu hier. Hey. Kannst du jetzt mal voll werden? Junge. Nee, ich bleb bei dir. Ich will mit dir reden. Oder sonst was. Zeig mir nicht deine Muskeln. Mann. Komm schon. Hey. Mann. Mensch. Ich will doch mal reden. Ey. Nicht abschießen. Oh, ich hätte ja auch mit dir reden sollen. Nein. Nein. Ich bin nett. Der Wind ist schön. Du bist ein Blitzballer, nicht wahr? Von Zanarkin, nicht wahr? Du hörst das von Wakka? Mhm. Huh. Wakka. Wakka me überhaupt nicht glaubt. Aber ich glaub dich. Huh? Ich habe gehört, in Zanarkin, da ist ein großartiges Stadium. All lit up, even at night. Huh? Great Blitzball tournaments are held there. And the stands are always full. How do you know that? A man named Jecht told me. He was my father's guardian. Oh. Jecht. 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 My father. His name is Jecht. Amazing! You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Why not? My old man. He died. Ten years ago. Off the coast of Zanarkin. I'm sorry. He went out to see for training one day. And never came back. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jecht came to Spira. But... It's true. I first met Jecht ten years and three months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? The... 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 Hahaha... Yeah, but... How would he get here? You're here? Are you not? What? Yeah, that's right. The two different colors. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh... The three different colors... I see. Well, man... You're here. You're here. That's right. You're here. Mom! 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 Sam! Mom! What do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under! Zinn is going for Kilika! We gotta distract him! Our families are in Kilika! Forgive us, Lady Summoner! Wait! Oh boy! Oh boy! I'm in Kilika! Oh boy! I'm in Kilika! I'm in Kilika! Hopp! Wut, wut, wut! Hilfe! Ich fühle die Anfang an zu holen, aber das ist nicht gut. Okay. Was? Oh. Wie viele von diesen Sachen sind es? Was? Haben wir den Fynn zuerst? Entfernung zum Gegner. Entfernte Gegner wie Sins und Schwanzflosse sind mit Waffen wie Schwerter nicht zu erreichen. Hierbei wendet man am besten Zauber oder Wackers Ball an. Ja. Angriff an. Entschuldigung. Ähm. 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 Zauber oder ein... Moment, stopp. Ja. 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 Okay. Ähm. 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 Schwarz. Ähm. Ähm. Da. Okay. Wie. 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 es ist ekstasezeit erstmal ekstase immer schön ruhig mit ich sollte mal angewöhnen immer erfüllt ich fühl's halt nicht, das ist ganz praktisch weiter Aua also mal, komm jetzt noch Schoppen! Jetzt schon. Nee, komm. Weiß vielleicht? Ah, die Steuerung! Ah! Hm. Ein bisschen besser. Oh, ja, ja. Toll! Ekstase! Vermichtend! Oho! Knapp, aber gut. Oho! 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 Weg! Oho! 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 Oh. Er wollte mich angrabbeln. Au. Was? Oh. 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 Iii! Get me out of here. So. Das hilft bei dem? Ah, hilft bei dem, ok. Oh. Hat aber nichts gemacht. Scheiße. Oh, ich habe gar nicht auf die HP geachtet. Oh, 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 oh. Nein! Oh, puh. Wie viel bringt das denn? 200, immerhin. Mann, können die lange die Luft anhalten? Daneben. Eieieieieieiei. Das war ja so. Ja toll. Oh, wie der gesprungte ist. Oh, wie süß. Eieieieiei. Das war ja so. Aber viel. Kraftsperit, Wundersperit, Avilditisperit, Harpune und Blauschützer. Oh nein. 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 Neu. When Sin attacked Xanarkin that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Porta Keligar. At least that was left. A Chocobo. Greetings. I am the Summoner Yuna. I have come from the temple in Bisaed. Oh! Milady Summoner! If there is no other Summoner here, please allow me to perform the sending. Thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. We'll go see what we can do to help in town. Eh? Ja. Mal kurz hier gucken. Mal kurz gucken auf das Schiff. Einiges an Reparaturen ist nötig, um wieder nach beiseite fahren zu können. Okay. Na gut. So, ich würde mal sagen, wie es weiter geht, erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss. Puck, 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 Puck.